Die Säge ist mit dem Radio, wir haben ihn. Dort 1 Outside, hier ist Dort 1 6. Bitte kommen. Ende. An alle mithörenden Einheiten, hier ist Dagwood White Dort 1 6 mit einem Kommunikationscheck. Hören Sie mich. Ende. Wenn ich vorschlagen dürfte, Sir, vielleicht gehen wir besser zum Sammelpunkt. Noch nicht. Pearson wird kommen. Sir, ist das wahr? Führte Pearson die Jungs in den Tod am Kassarin-Pass? Hören Sie, Daniels. Wenn Sie ein eigenes Platoon führen, gibt es zwei Möglichkeiten. Schlecht und schlechter. Achten Sie auf Ihre Männer. Nur so werden Sie das durchstehen. Sagen Sie das, Pearson. Sergeant Pearson. Bitten Sie, dass Sie nie in die Lage kommen. Lieutenant! Eine Übertragung von Baker. Sie greifen Högel 493 an. Pearson ist bei Ihnen. Was? Er hat unsere Jungs und das zweite Platoon. Falcon! Topfer! Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu Call of Duty World War II. Wir sind wieder zurück. Ranbleiben! Na los! Na los! Vielleicht ist Pearson noch am Fuß des Hügel. Ich schätze, darüber sind wir hinaus. Geht einfach weiter, verdammt! Das sind unsere Jungs! Daniels! Geht's dir gut? Alles klar. Wo ist der Rest? Pearson greift mit Ihnen die Kanonen an. Wir wollten auf Verstärkung warten. Wir kommen zurück! Schlecht! Sie brauchen uns! So, dann nehme ich nochmal ein Team Thompson mit. Boah, ich muss kurz das Stiff-Tiefleiser machen, alter. Es geht kein Schritt drumherum. Wir müssen auf diesen Hügel rauf. Unten bleiben und vorrücken. So. Ja, moin! Was macht der? Ja, moin! So, da bin ich auch. Oh, schon weg. Huch, war ein kleiner lag Halt durch, Kumpel Halt durch, Kumpel Huch, die MG ist teuer Oh, MG Puh So, haben wir alle Schön dich zu sehen, Kumpel Ich bleibe der Mission treu Unser Pionier muss diesen Bunker sichern Daniels, bring sie Parker dicht genug an den Bunker ran, um eine Ladung zu platzieren Jawohl, Sergeant Daniels, sag, wenn du bereit bist Den Kopf runter und los Das MG auszeigen, vorweg, los, 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 los Schade Schade, ich dachte ich komme so durch, aber gelber Nup L shelf Teaching Wut 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 Das AG ist ruhig, kann ich nicht mehr vorrücken, wenn wir teuer. Das AG ist ruhig, sagt mir, wenn ich vorrücken kann. Lukan! Rücke vor, noch eine Deckung. Das AG weiter unter Druck setzt. Leute, wir kommen aus den Gräften. Die Leute, wir ihn verliehen. Die Leute, wir haben den Schmör. Ist das sicher? Jetzt Parker! Okay, brauche Deckung. Ich hole mir die Ladung. Ich hab sie. Ich versuch's. Brauch Deckungsfeuer. Ladung platziert zurück. Wo? Nice. Wie viele Verluste? Das war unser Missions. Wie viele? Wir sollten diesen Hügel einnehmen. Sie hätten warten sollen. Dazu war keine Zeit. Das ist mit den Männern. Das war ein Befehl. Zur Hölle mit den Befehlen. Denken Sie, ich wollte das? Hä? Wir sind Räder in einer Maschine, Joseph. Ohne klare Befehle geht alles den Bach runter. Haben Sie das vergessen? Das sind Männer. Unsere Männer. Haben Sie das vergessen? Diese 150er feuern doch auf unserer Position. Immer weiter. Wir schalten Sie aus. Daniels, die Artillerie ist da vorne. Öffnen Sie die Tür. Gut. Ach gut, dann gib mir ja keine Munition. Perfekt. Ja, los! Ja, los! Feindlich in den Rundern! Termit! Termit! Nächste öffnen! Das ist die letzte 150er! Überall! Wir müssen uns gleich sichern, bevor wir die 150er angreifen! What the fuck? Ich habe gar keinen Granaten-Symbol gesehen. Also, ich bitte dich, Spiel. Jetzt mal Airline. Äh, äh, ja. Ja! Die Krautsfresser sind überall... Ah, äh! Ah, komm, ich schwein. Wir müssen überreicht dich. Da kommen die 150er anstreifen. Au rei! Dang net! Ah, hör! Gut! Oh, oh, oh! So, machen wir einmal die hier BATZER 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 BATZER